Und jetzt kann die Gruppenphase endlich starten. Jetzt gilt es einen guten Start zu schaffen. Jetzt der Schuss! Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. So, das war nichts. Die Szene sollten sie jetzt am besten ganz schnell vergessen. Sehe ich auch so. Das war eine verschenkte Chance. Kein Tor! Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich! Was für ein Reflex! Und die Chance! Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Macht er das Tor! Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der... Macht er gut! Er hält diesen Ball. Sensationell! Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal den Zug zum Tor. Und da klingelt es im Kasten. Der war unhaltbar. Einfach sehr gut platziert. Ist hier immer noch an Ball. Florian Neuhaus! Da ist das Tor! Ja, und der Ausgangspunkt war dieses frühe Stören, dieses extreme Vor... ... ... ... Untertitelung. BR 2018